Was soll ich machen? Du sollst im Lowscreen aufwählen, dann sehen die alle, dass wir Cacher sind. Ja, mal schauen. Mach jetzt, los. Die Aufnahme läuft schon, du Spasti. Nein, durch sie nicht. Oh doch, das tut sie. Sonst hätte sie es angekündigt. Also, es wird schon gesetzt. Ja, mein Deutsch ist ja gut. Was? Mich sehr verwirrt. ISDE hat im Moment eine Peitsche. Richtig, richtig geil. Aufnahme auf YouTube. Und die geht erstmal mit dem Sexshop und labert davon. Und dieses leise Räuspern von Sigi. Stimmt, den muss ich noch muten. Hallo Sigi. Hallo. Aber musst du ihn dann nicht gleich erst wieder muten? Hm? Oder wieso hast du den gemütet? Nee, eben hatte ich den ja nur gemütet habe, weil er... Ja, die ganze Zeit mit dem Rico hinten im Hintergrund am Reden war. Ja, macht der jetzt auch? Ja, nee, eben war das halt dauerhaft. Wie lange er jetzt alt ist, dann... Oh, ich muss erstmal ganz, ganz schnell meine... äh, wieder zurückstellen. Show, helf. Was? Also, Michelle, wenn ich du wäre, würde ich nur noch mit der Maus spielen. Nein. Dein Ernst? Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Würde ich jetzt nur noch wie eine französische Schwuchtel sprechen. Aber ich kann kein Französisch. Dann tu halt einfach so. Oh ja. Aber reicht mir auch schon viel? Ja, mach... Nee, ist... Erledigt. Apropos Patze. Ist erledigt. Du, klein der ist die Girl. 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 Da ist die Mutter. Alter. Max? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich meine Summoner... ... einmal auf F und T legen. F und T? F und T. Fuck, ich hatte den Monus-Farm gespielt, ich hab mich nicht immer genommen. Alter, auf T sucks. Du spielst ein Kumpel von mir. Ja. Du würdest verzeh... Warte, war es nicht sogar Flamer? Michelle? Ja? War es nicht sogar Flamer? Nein. Ja. Mit hier kannst du das so... Ja. Nur mit einer Maus spielen, Alter. Nee, du bist so Arsch-Sack. Wieder seitentasten an meiner Maus-Hoff. Ich stell mal ganz schnell mein Spiel wieder in Full-Screen. Besser. 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 Ich wollte zumindest mein Komplett den Smartcast ausstellen. Egal, welches? Inallem? dass du auch smartcard hast achso du hast 2 ok alle wir haben schon healpotties klauen alle christian was sagst du dazu michael wenn ich du wäre würde ich meinen e-spell maxen wenn ich du wäre würde ich meinen e-spell maxen ok ich glaube wenn ich du wäre würde ich mit freier kamera spielen klaro max ja max wenn ich du wäre wenn ich wenn jemand im gegner aus dem team lowlife ist würde ich mich immer in diesen busch hier stellen oh mein mein god michael wenn ich du wäre würde ich dauerhaft max hinterher laufen nein max tanja kurze frage ne du darf ich am wenigsten wehrtaste drücken oder muss ich wirklich dauerhaft frei sein warte mal wenn man ihn sieht also wenn er entwischen ist der lowlife wundschipps ist der maggie max das musste sein sobald sobald ich sobald ich sobald ich weiter in den lutheros eindrängt ach gott ey max wieso schreit du die warte warte hast du es zu mir ja aber natürlich alter warte warte max ich sag dir was hilft ach nicht danke oder nicht so oft warte 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 ac ach so uu 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 u t max max ja macht er also zou Wenn ich die Gehle mache, muss ich nicht damit oder was? Ja, hat er doch. Nee, 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 ich meinte nur nicht bei Gehle oder bei Gehle, ne? Ja, hab ich ja jetzt gecheckt. Oh, voll scheiße. Max, das ist voll scheiße, ich stehe die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich, ich, ich stehe gerade in der Base. Ich weiß, ich muss die Züge nachkommen. Weil die gestorben. Oh nein. Ich kopiere erstmal O'Dawn. Alter, mit freier Kamera ist das so saugend. Hallo, kannst du dich mal bewegen? Blö, ich warte noch was Geld an. So. Und du musst nur in den Busch gehen, weil Ash Lowlife ist. Heiß ich nicht. Alter. So fucked, normalerweise kommen wir mit den Stars. Ach, ich weiß nicht. Wir werden keinen Teamfight gewinnen am Ende des Games, wenn ich weiter in die kommen. Ach, ich weiß nicht. Ihr müsst halt zum Busch kommen. Sonst habt ihr gelitten. Ach, mein Gott. Mal gucken, wie das ist. Oh, sweet. Ist jetzt noch einer von den Lowlife? Nö. Zählt das als Lowlife? Nein. 300 HP zählt als Lowlife. Okay. Okay. Oh, warte mal. Jetzt musst du in den Busch. Hauptsache, wir haben sich Max und Michelle schon instant voll geballert haben, aber wir anderen so gut wie gar nichts haben. Echt? Echt? Christian, hast du noch diese Sound-Thing auf dein T-S-Thing ins Frostlicht? Die passen? Was? Das heißt? Das heißt? Ob du dein Sound-Bot noch hast? Nein, leider nicht mehr, weil ich musste meinen T-S-E-9-S-Thing. Okay. Schade. Okay, der hat über 300. Hier, drückt den Laser. Oh man, ich vergesse immer die Space zu Usen. Vergesse immer Tapis zu drücken. War das noch einer von den Low? Nö. Nö, das ist meine Gäste. Ja, bei mir wollte der das daneben nicht. Fuck. Wow, diese Platino-Sies. Wie soll ich die denn mit der Maus alleine machen, ja? Ey, das ist immer eine Katastrophe. Warte, Michelle, wie viel lang? Du musst mir folgen, du musst nur Maus benutzen. Und? Das war's, oder? Nein, und ich muss mein E hochscalen. Ah ja, stimmt, stimmt, ich hab ja noch. Oh man, oh. Aber ich hab noch eins, zwei, das wusste ich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Alter, ich weiß nicht, ob ich dir auf die Fresse hauen will, oder? Du hast mir das noch gegeben. Wir müssen in den Busch. Ja. Ja. Fuscht, Sex und so. Ja. Hat sich vollhaft. Wie viel hat's, Christian? Oh, hi. Außenlosen-Alten, damit du mehr überwassest. Max, nur ihr beiden seid voll. Alle anderen haben nur eins. Also, Christian, wenn ich du wäre, würde ich, äh, mit Michelle eine menschliche Polonaise bauen. Scheiße. Max, willst du ernsthaft, dass der... Aber ist der Busch? Tanja, wir müssen das carry'n. Nein, kann ich nicht. Ich vergesse da was weiter. Oh man. Hans. Also, Max, ne? Das heißt, ich... Du bist schon voll, oder? Ja, ich bin voll. Oh, okay. Gut. Also, Tanja, ne? Ja? Wenn ich du fähr, würde ich mir noch Rabattnutz kaufen. Und auch alle würden sich noch für fähr kaufen dafür. Alter. Denn wir wissen ja alle... Christian, Christian, du musst Michelle folgen. Du darfst nicht vorlaufen. Du darfst nicht vorlaufen. Du darfst nicht vorlaufen. Du darfst nicht vorlaufen. Wieso? Weil ich muss dir folgen. Ja, ja. Ich hab gesagt, wir... Wir würden eine Polonaise voll... voll... äh... Polonaise machen. Christian. Christian Schnucki? Ja? Wenn ich du wär, würd ihr sofort, wenn du beim nächsten Tod nur noch anfangen zu heulen. Du weißt. Du weißt. Du weißt, wie ich das meine. Ja. Incage! Oh nein! Nein, das ist zu hart. Irgendjemand muss der Carrys. Wenn du so redest, kann ich keiner ernst nehmen. Ach stimmt, der Tim ist auch da. Tim dabei ist... Weil ich kann nicht auf Top drücken. Äh, Moment. Du hast ein Kill. Und Max... Null. Yay! Oh Gott, das ist mega blitzig. Äh, Christian. Christian, du musst zu Michelle laufen. Du darfst mich zu machen. Du musst zu mir laufen. Ich musste ja auch in die Base zu ihm laufen. Christian, ich bin da. Nein. Ich muss erst mal erhöhen, mehr Items kaufen. Wer von uns hat denn, äh, wieviel Haar, äh, wer von uns hat denn noch nicht drei? Ich. Ich. Tanja? Ja. Scheiße. Klarur. Christian. Maaaan! Ängais. Das ist unfair, dann rede ich dir normal. Ich wusste nicht, was weiß ich. Das ist ein Rapper. Aber du kannst auch nicht ein Rapper heißen. Du musst heulen, Christian. Nein. Du musst heulen. Du musst heulen. Okay, aber du Eid ist rede. Heulen. Ich bin voll am Crying. Voller Böme. Ich habe einen Eid. Ich habe einen Eid. Das gibt zwei Leben. Also Michelle, du gewinnt das Duell traurigerweise immer noch. Du musst mir folgen. Challenges. Tschüss. Christian. Und ich muss aufhaben. Wie ist deine Heilige Suche? Ja, weil ich war. Tanja, wie sollen wir das carry? Alter, ich versteck mich in der Häckel, damit ich nicht verrecke. Was? Wir müssen die Polynäse weiter formen. Nein. Ich kriege Schreikramm. Nein. Du weißt schon, wenn wir NoLive sind, müssen wir... Alle in den Bursch. Ja. Ja. Alter. Was ist Vettel so scheiße OP? Christian. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Okay. Auf in den Bursch. Also Christian, davon musst du doch jetzt weinen. Also ich bin leider verhindert, Mann. Christian, erzähl dich nicht weinen. Ich weine doch. Sie ist schon ausgebaut. Ja, nee, du musst eine Träne haben. Alter, so. Das ist echt traurig, dass wir gegen Franzosen verlieren. Weißt du das? Also ich weiß, dass ich ganz ehrlich abfeier, dass ich bisher wirklich immer nur eins habe. Hast du gedacht? Ja, das habe ich auch viel gedacht. Ja, ich habe gerade ein bisschen gesehen. Danke. Ja, selbst schuld. Da bewegt dein Vettel. Ja, Mann. Das riecht nicht. Das riecht nicht. Ich werde euch jetzt den ersten Folgen, wenn ihr auf dem Kettich von der Space bewegt. Christian, bricht die Regeln. Nein. Wir müssen Polonese bilden. Polonese bilden. Wir müssen in den Busch. Das ist immer so. Verdammte Güte, ne? Wenn ich sie nochmal sehe, ich fick dich sowas von in den Arsch, Mann. Aber sowas von! Ich bin verhindert. Ja. Ich habe gerade von Max gesagt, ich bin behindert, nicht ich bin verhindert. Christian, du musstest zu Michelle laufen. Ich bin dabei. ADMUSI DONG. Der ist ja besser. Das wird man selbst. Hey Domme. Wenn ich du werde, als PS 1. Ich würde jetzt auch Polonese starten. Aha. Klaro. Polonaise starten, also wie jetzt, hinter wem wird er laufen. Ja, Tanja, das kommt ein bisschen sehr früh. Das heißt, ich muss Dominik herlaufen. Okay. Ja, ich bin aber gerade tot. Das heißt, Michelle muss auf mich warten. Okay. Christian muss folgen. Das heißt, ich muss Dominik folgen. Michelle muss mir folgen und Christian muss Michelle folgen. Hey, ja und Dommel, wenn nicht du wär, ne? Ich hätt voll den Beat im Körper. Ich würd immer tanzen, wenn der Gegner, den gegnerischen, nein, unseren Inhibitor hier, da wo ich stehe. Was steht das schon? Da, ab hier musst du immer tanzen, wenn der Gegner hier ist. Klaro. Immer über den Rad zu bringen, ja. Ach, 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 ach. Nein, noch nicht. Die Gegner sind nicht da. Wie meinst du das? Die sind doch da. Jetzt. Nein, du musst nicht hinlaufen. Was fällt ihr von mir? Wenn die Gegner, wenn die hier sind, dann musst du tanzen, egal wo du stehst. Max. Ich bin tot. Ja, schreib, du feststück Scheiße. Tanja, das kriegst du beim nächsten Mal sowas von wieder. Mann, ich wollte sie nicht zahlen. Ich krieg's nicht hin, Junge. Ey, euer Kill-Duel läuft super, ihr habt einen Ausgleich. Echt? Ja. Ey, dumme, deine Steppe. Mua. Auf in den Busch, auf in den Busch. Ich werd mir definitiv kein Sonjas kaufen, weil ich nicht weiß, wo ich den Problem soll. Auf in den Busch, wir müssen in den Busch warten. Oh, die Goblings. Oh nein. Wir müssen in diesen Busch warten. Ach, nee, ich bin nicht. Oh, der Gobling ist tot. Du bist aber auch dead. Ich bin schon dabei. Du, ja, Michael, du musst warten, bis die Minions wieder spawnen. Und Peter kann bekommen. Und ich darf jetzt in den Busch. Ich bin oben! Ich bin oben! Das Gute ist, hier dürfen wir alles... Das ist ein Bruder. Ich glaube, ich bin oben. Wer ist schon denn? Dom, Mann, Tanz im Tod. Du wolltest tanzen, habe ich gesagt. Wo denn? Mann, du, mit der Faust ist so schwer. Und du... Mann, Mann, Mann. Ich bin gut, Junge, halt. Bitte warte. Mann, Mann. Ey, Sigi, alter, streamst du? Was? Streamst du? Nee. Das war aber nicht sehr männlich. Wenn ich hier alle wäre, dann würde ich dann noch eins spielen. Klaro! Sie fressen die. Mann! Deathmop! Ja, ich bin dabei! Danke, Michelle! Fürs Abfang! Klaro! Ah, nee, stimmt. Ich muss Dom, Link folgen. Ja, mein Link ist A.U. Ah, Michelle, du musst mir folgen. Wie? Wem muss ich folgen? Du musst dir folgen. Du musst mir folgen. Und ich muss Dom folgen. Weil Dom der Anführer der Polynesie ist. Folgt mir, ich bin der Führer! Michael, du musst hinter mir stehen. Alter, wir haben ja noch Spittenräume. Wir sind nur mit dem Spinnen an der Wände. Kameraden! Folgt mir! Nicht dort! Was? Gib mich den Pelzer, Baby! Oh, schade. Ich bin der Mann! Ey, das war ein geiles Ende. Ich glaube, Michelle lag mit 1 in Führung. Ich weiß nicht, dass du mit der Maus gespielt hast. Du hast echt ohnehin verloren lassen. Alter. Echt geil. Wir sind ja noch neben dir. Ey, Gleichstand. Oh, Gleichstand. Ich hab gehört, wir gehen auch noch eine Runde? Okay, ich hab nur mit der Maus gespielt, Leute. Das war so krass. Ich kriege Krämpfe davon. Ja, ich bin dann jetzt die Aufnahme. Ciao!